Herzlich Willkommen bei Fritz Hesse GmbH & Co.KG, Ihrem Partner für Holzbauarbeiten aller Art. Von der Planung über den Holzschnitt bis zum fertigen Holzbauprojekt bekommen Sie alles aus einer Hand. Auf unserem Rundholzplatz lagern wir einen großen Vorrat an Rundhölzern. Das Rundholz wird auf die richtige Länge zugeschnitten und dann für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Mit unserem Vollgatter werden die Rundhölzer zu Brettern, Latten und Kanthölzern zugeschnitten. In der computergesteuerten Abbundstraße wird das Kantholz auf die geforderten Maße zurechtgeschnitten. Für verschiedenste Anforderungen und Verwendungszwecke sägen, schleifen und verarbeiten wir das Holz mit unseren modernen Maschinen. Ebenfalls fertigen wir bei uns Einwegpaletten. Fritz Hesse, wir bringen Holz in Form.